so sind wir wieder bei dem spaßigen teils hier brauchen wir jetzt für folge ich mache mal herunter gucken wir mal was brauchen wir auf jeden fall wahrscheinlich alles wir brauchen wahrscheinlich die dinge der muss so hin genau da kommt den ganz normaler block hin genau wir brauchen auch noch die gegenstücke dafür wir brauchen auch noch die hier denn du kommst nämlich jetzt hier hin da kommt eine normale schräge hin das sieht so richtig aus alles hier kommen denn du kommst du kommst dahin dann kommt da wieder eine normale schräge hin das sieht ein bisschen blöd aus hier kommt dann die spitze rein hier kommt dann eine kleine schräge und eine kleine schräge hier kommt dann und du genau so Das ist doch falsch Ja, das ist falsch Da kommt eine normale Schräge rein Da muss das rein Genau Ist das verwirrend hier Moment mal eben 1 2 3 3 Genau das hier ist falsch Da kommt eine ganz normale Schräge hin Und dann kommt da nämlich die Ecke hin Und hier kommen dann auch ganz normale Schrägen hin Ist hier echt so genau Hier kommt eine normale Schräge rein Da kommt der Eckblock rein Hier kommt eine normale Schräge rein Und da kommt die normale Schräge rein Ähm Oh Kommt ohne Ecke rein Ja gut So So Da kommst du rein Ist zum Glück gar nicht kompliziert oder so Ich krieg grad nur kompletten Höhlenkrebs Ähm Da kommst du rein Da kommst du rein Da kommst du rein Da kommst du rein Und da kommst du rein Jetzt kommen hier wieder die Innenkanten Das heißt du Das heißt du und du Das heißt du und du Und die hohen Glöcke kommen nach da und nach da Das sieht so richtig aus So Und das wird nur noch hier Und dann die flachen Schrägen Das sieht so Ein bisschen komisch aus ne Vielleicht sollte ich die Innenkanten doch noch außen legen Das sieht so sehr abstrakt aus Oder ich sollte das hier komplett nach unten durchführen ja 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 zu viel materialen ist Ich glaub ich lass es so Aber jetzt aber jedem ist auf jeden Fall auch noch mal die Innenseiten raus So hier kommt erst mal so so dann kommt hier so so die auf der seite so hier kommt es genau anders rum was passiert hier gerade sind da die innenseiten oder ebenso ich habe die auch falsch ja ebenso sind ja alles innenseiten deswegen macht das ganze keinen sinn so und da kommst du hin und hier bin ich noch das gleiche so und so und so und so und so jetzt kommt da die die Rundblicke so hier kommen sie dann so und so und so und so das schon mal so weit richtig hier füllen wir bloß die anderen Dinger genau hier kommen wir jetzt das ding das ist immer falsch rotiert falsch hier kommt dann nämlich das ding hier kommt dann die kleinere schräge hin genauso und da die größere und dann kommen jetzt hier einfach nur die kleinen schrägen gegen und da die großen hier kommt einfach nur normale schrägen genau da kommen einfach nur normale schrägen hin und hier kommt das so müsste es sein dann kommt hier das ding hin das ding das ding das ding und jetzt kommt hier dann das hin ich bin dezent verführt jetzt kommt hier das ding hat komplett einfach abgeschalten da ist nur noch matsch das 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 doch 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 so ein schräger hey wie ist das denn gerade nicht geklappt ist doch richtig hey bin ich gerade dumm wie klappt das nicht und da eine normale schräge ist das doch richtig okay so und schon ist die früchte schräge die die brücke ein bisschen mehr gestützt ein bisschen dicker also dass sie halt ein bisschen freitragender getragen werden kann das war eine reise ohne wiederkehr ich sag's euch das ist ja heiliger scheiße so sehr schön okay dann ist damit die straße jetzt so hoffe ich komplett fertig komplett fertig also zumindest den teil den ich hier mache wie sagt da hinten muss die denn weiter arbeiten ich kann ja gleich mal wie sagt eine mail schicken nach toady äh straßenanschluss hallo toady wie ich sehe komme geht es ihnen ganz gut das ist schön komme ja meine straße richtung westen ne süden westen 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 wo 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 aus da straße richtung was haben wir gesagt süd ne bis süden süden von meiner zweiten let's play hüte ist nun soweit fertig sie geht bis 0.5 0,16 war es irgendwie äh ach was 244 minus 244 sie geht bis circa 244 so und trifft dort auch deine gleisanlage wenn du möchtest kannst du die straße ab dort zum spawn hin in dein straßen verlauf integrieren ich habe keine ahnung so mit freundlichen grüßen heute schön damit einfach richtig e-mail schreiben kann das ging so früher nicht und send nice cool das ist doch easy du müsstest heute eben bekommen haben wenn das nächste mal da ist ja meine erste e-mail die ich geschrieben habe über das ding also meine erste richtige e-mail und das im rahmen des place das ist doch ganz geil aber wie sagt die straße hier die frage wie man die vier das am dümmsten macht vor allen dingen ich schreibe mir direkt mal noch eine e-mail ich schreibe mir direkt bei 600 50 660 670 Gleis an meine meine hallo Tobi ich habe du kannst gerne an der straße nach süden endlich lang ein Gleis verlegen mein äh Play Haus bei x gleich 0 z gleich 670 minus 670 ganz wichtig äh äh kann mit einem Bahnsteig, der rechts vom Haus aus aus richtung der aus richtung kre- richtung der sporn rechts rechts von haus also geschrieben mein let's play house äh kann mit einem Bahnsteig, der rechts vom Haus an das Bahnnetz angeschlossen werden so mein Play house bei lalala kann mit einem Bahnsteig rechts vom Haus ans Bahnnetz angeschlossen werden über die Lohrenbahn und die Pipe brauchst du dir keine Gedanken machen, wenn du sie beschädigst, baue ich sie einfach im let's play neu gut ok 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 mit mit heutigen grüßen Roni ganz kurz äh das ist jetzt hier bei 20 wäre es sich günstig, wenn das wenn das der Bahnhof nicht direkt neben dem Haus wäre, weil man wieder vom Bahnhof zur Straße kommen wäre also günstiger, wenn der entweder hier ist oder hier es sei es bei minus 650 oder 690 680 was war? 650, ne? ja, genau 650, 680 680 tada da 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 so über die Lohrenbahn ist angeschlossen werden also zum Beispiel bei x gleich minus 20, z gleich minus 20, z gleich minus 20, z gleich minus 20, vad z gleich minus oder bei x gleich minus 20, z gleich minus 60 oder bei x gleich minus 20 und z gleich minus bei x gleich minus 20, z gleich minus x80, z gleich minus x80. Ob die Strecke 2-gleisig oder 1-gleisig wird, kannst du selbst entscheiden, wenn du dich fragen würde ich jedoch 1-gleisig vorschlagen. Das ist jetzt falsch. gleich geschrieben kannst du selbst entscheiden wenn du mich fragen würde ich hier doch ein kleidig vorschlagen oder über let's go so easy kommt vielleicht weil ich hinten so lang hier im haus vorbei dann geht es da weiter und dann haben wir halt wie gesagt hier in irgendeinem bahnhof wie gesagt da haben wir hier hier ist unser pipework 6 boomster und wenn er das beschädigt dann baut es halt neu das ist ja gar kein problem dabei fällt mir gerade auf er hat auf greenland gar kein zugriff ok dann füge ich ihn mal hin zu äh select area 8 add owner 8 toddy fourth way und dann füge ich ihn auch mal noch bei greenland mit hinzu das ist 89 greenland so so das klammern was war das 8 oder 9 8 und 89 hinzu gefügt, damit du da bauen kannst, wenn du willst lool hab dich lieb und so so easy damit du auch bescheid weiß ok 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 dann sieht das doch alles fabulos aus ja dann sollte auch mit der folge gewesen sein, dann können wir den nächsten beiden folgen tatsächlich mal wieder eigentlich das letztes play machen, das akkw dann anschließen und sowas alles ja das ist auch noch ein spaß ich für heute jetzt erstmal pause, zum Beispiel heute abend und nachmittag genau von daher bis zur nächsten folge geht dann gleich das ist gull schon el und und den 0 bei do Untertitelung des ZDF, 2020